Hey, Hola Leute, Leute, ich bin hier in der Sendung. Und ich denke, ich habe Videos mehr von der Flur. Ich glaube, das ist das ganz beste hier in Beliebien. Das ist ein bisschen toll, wenn einer etwas Eid hat. Und ich würde in den Rügel meinen Videos reden, wenn ich hier Eidig bin. Und dann würde ich sagen, ich würde es freuen. Hey, ich hoffe, dass ihr hier noch einen Tag habe, wo ein Fuhn trübbeld. Ja, heute mit mir unter dem Fuhn. Und die Leute haben ja ungefähr nur meine Fuhnummer. Mein Fuhnnummer ist SARS-37-507 nähen im Feuer. So, wenn die morgen einer von mir wieder einen Messagen schicken, dann könnte ich ihn in der Gruppe ausnehmen und so weiter. Nicht nur sagen, zwischen meiner Familie Eidig und Eidig und Eidig. Das Eidig hat heute am Morgen einmal die Trübbel in der Nacht, weil heute wird abgefext, nicht so, dass es Blinker und Ovarer schwört. Und ich will Ovarer dort gehen. Und wenn meine Träger dann sind, ein von diesem Jahr umhört mich. So, und soviel, dass du in den Fuhn anträgst. Bei den Fuhn sind nicht einmal etwas verschlüpft. Und das wird mich verfehlen. Von der und Eidig. So, ich möchte nicht von Oles Ewa durchhauen. Und was ich mal dort will sagen, ist, die haben wir alle hier in die Kräger. Ich kann sagen, mein Dirk ist lang. Ich glaube, wie wir in Dirk ist, wie aber groß oder wenn wird windig, wie in Oles hält mir dort durchgehauen. Ich war bald gut mit dem Boden, aber mir war das in der Schläge. Ich will den Schwinde sein. Und ich dort, wie dies da waren, werde ich morgen, wenn ich Videos mehr. Und das läuft nicht. Vielleicht will ich noch mal sagen. Anyways, was ich wollte Ihnen sagen, ich habe noch nicht gehört, dass ich Sie nicht sehen. Also, ich will sagen, wie meine Eltern ist. Ich habe noch Zeit. Nun kann ich mich anrufen. Und du nach der Klinik kommen. Und du lässt mich ein bisschen wegkommen. Dann werde ich mich sehr fern an den Kämmern. So, wenn du nach der Klinik komm, dann werde ich den Test merken und natürlich halten mit Oles. Mit Oles lebt, dass du nicht lebt und lang bist. Und ich glaube, dass du nicht lebt und lang bist. Wenn die Erinnerungen wieder auf sind, ich werde nicht sagen, hey, du bist hier. So, das war sehr lange. Und ich wollte nicht neu geschoben sein. Wenn man dort, ich lebe meine Arbeit sehr fein zu tun, dass ich dort weiß, ich kann dort reichen tun für hier auf jeden InfoGott. So, wenn die kann die dort mitbringen, in Leufe, dort sehr viel wird, sehr viel. Die hat nicht nach aller Zeit. So heißt ich, wo ich noch nicht du nennen, wo mein Ong der ist. Die hat nicht Zeit zum Schwimmen kommen. Aber ich du nennen. Und wenn ich dich bein sind, ich würde nicht bein länger ausnehmen, weil ich heute nicht gedacht habe. da wird fein ausgekommen, wenn wir uns ein Fein erwarteilen. Bloß nu, wenn die neue Schwimmen anfangen, dann sei ich vielleicht auch ein Mist. Aber ich du nicht nennen. So, nu ist es ein feiner Tid. Viel Leib, in Ollebaste.